Auf 130 Quadratmetern zeigt Parker Honeyfin bei der SPS 2015 in Nürnberg eine ganze Palette von innovativen Produkten aus der Welt der elektromechanischen Antriebs- und Steuerungstechnik. Parker Produktmanager stellen Ihnen die herausragenden Leistungsmerkmale vor. Die IP20-Series ist jetzt um zu 180 Kilowatt und um zu 15 Kilowatt in 230 Volt. Die große Veränderung wir heute mit der IP20-Serie ist die Verbindung von der DSE-Lite Software. Das ist sehr verbessert, die Flexibilität und Capabilität von der AC10, um die Simplicity und Reliabilität zu dieser sehr kost-effektiven Motor-Control Solution. Mit dem IP66-Produkt ständigen wir die Power-Range bis zu 90 Kilowatts, um eine unglaublich verbunden und robuste Solution für Wall-Mounting oder Mounting direkt auf die Maschinen für Open-Loop- und Senseless-Vector-Control von beiden Induktionsmotoren und Permanent-Magnetmotoren. Parker, ein starker Partner für Systeme und Lösungen zu allen Aufgaben der Steuerungs- und Antriebstechnik.